Was ist das, was ist das? Ob ich den anderen gold? Ich bin halt so unwarrmed irgendwie, aber ich bin halt so geil. Wir haben guten Loot. Ich hab 5 Pets. Ich hab 5 Pets. Oh shit. Ich hab mir den größten Max-Damage-Pump gegeben, Digga. Aber hätte ich keine MP wär ich auch nicht so reingesitelt, ich bin ehrlich. Warum hat die da so viele Pets? Ich hab ihn. Jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn, wir haben ihn kaputt. Ich höre ich ihn noch Hä, was macht der Typ? Ich hab einfach diese Buschgeräusche gehört, Digga, what the fuck? Oh, die Misery Wir keynen ihn, aber ich glaub der oben ist, ich weiß ob der gut ist, aber ich hab irgendwie den Gefühl, dass der gut ist Ich hätte aber aufgegeben, der Typ Ich habe einen Delt mit dem Skord Ich habe einen Delt mit dem Skord ok wir merken uns den Loot hier wir müssen eigentlich den Typen da oben holen, wenn wir den holen, dann gewinnen wir die Lobby ok jetzt müssen wir 3rd parten er hat kaum ein Bild weiter im Studio, der ist doch nicht gut ok Ich hab so gemisst Na, der loot ist halt auch vorne Boah, was wird denn jeder von meinen Eiern jetzt? Ah! Ah! Das ist dumm. Das ist sehr dumm. Ich bin scuffed. F***ing freaky. Okay. 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 Ich mach'n Refresh Ich mach'n Play Was auch meint mach' ich doch nicht Doch mach' ich Scheiße Ich brauch' ein Kill Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Mann Was soll ich Digga Ich raste aus Ich bin tot Ob ich mich pushen Kommt mich pushen oder? Weil ich ihn abgeschossen hab' Ja der schießt sogar auf mich was ein Typ oder war nicht so gemeint wie ist der da hingekommen wie kam der hinter mir der war doch gerade vor mir ich bin zu scheiße für dieses Spiel ich kann nicht editieren weil ich unwarrt bin ich bin unwarrt ich kann nicht spielen weil ich unwarrt bin ich hoffe jemand paddelt hier obwohl ich hab eigentlich zoned soll ich instant gehen? ich bin erhitzt das ding ist wenn du instant gehst musst du viel bauen ganz weit gleich weißt du was ich meine? ja aber da hast du schon vorgebaut bisschen wenn du erhitzt musst du voll viel bauen du weißt was ich meine ja ja natürlich wenn ich late geh dann ist ja dort bist du ist best weißt du ich habe ich habe Ich habe ich habe ver ich habe ich gucke ob du welche holen kannst hey Digga, warum? einen runter, einen runter ich kann die aber nicht bauen was ist das? 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 ich habe kaputt man Digga, was war das? ich hatte Kap Metz, ne? ich hatte Kap Metz, ja, aber ich war Skaff da da war überall gebaut, wala ich hätte die Runde gewinnen können